so weiter geht es mit der nächsten aufnahme aufräumen arbeiten auf see alter schwede so was haben wir denn jetzt die stimmung sinkt alter schwede ich will es nicht wissen ich jetzt echt nicht wissen leute kapitel 6 die arktische kreuzfahrt die stimmung sinkt so Oh, ist das schön. Leg... Legatec? Legatec? Wieso? Hey, Captain, was ist los? Sehe ich etwa nicht beschäftigt aus, Welke? Spiel woanders. Lass einen alten Captain in Ruhe. Die Seehropfen können sich für eine Minute um alles kümmern. Hoffentlich haben sie mittlerweile gelernt, das Steuerrad in Ruhe zu lassen. Alles klar, wir müssen also am Steuerrad spielen. Lass mich raten, wir müssen runter zum Kapitän. Ist schon ein schöner Pool, aber ich glaube, das Wasser ist arschkalt. Sind wir hier richtig? Ne, ich muss noch eins nach unten. Es ist ziemlich kalt zu Hause, aber so großes Eis habe ich noch nie gesehen. Alles klar, ich muss da irgendwie rein. Hier. Da bin ich mal gespannt. Ist eigentlich gemein. Wui, wui. Ah, wie schön. Hallo, der Captain hat einen... Gib mir das Mikrofon. Wer ist da am Steuerrad? Wir steuern direkt auf einen Eisberg zu. Alle Mann an Deck. Ich weiß nicht, warum ich das unbedingt machen sollte, aber na gut. Bin ich mal gespannt. Ist das mies. Ja, ladet Bildschirm, ladet Bildschirm, ladet Bildschirm. Ich würde sagen, wir sind gekentert. Oha. Es geht alles unter, Welper. Ich hätte nie gedacht, dass ich diesen Tag erleben würde. Gut, die Frage ist, wie nach auf ihrer Jungfernfahrt dauert nicht mehr als ein paar Minuten, bis alles im Meer untergeht. Nun, du solltest ein Rettungsboot aufsuchen, Welbe. Das wäre schlau. Lass mich rein, wir müssen denen helfen. Oje. Wenn sich die Kamera mal nicht permanent hier bewegen würde, dann wäre das alles überhaupt kein Problem. Gut, wir müssen also ein paar Babyroppen retten. retten. Ich hoffe, dass ich mehr als ich ungefähr drei Stück hinkriege. Das Wasser ist natürlich starkes Eis. Die Frage ist, wo ist jetzt das Rettungsboot? Oh, das ist mies. Oh, ist das gemein. Hallo, ich würde gerne gerade ausspringen, die nicht irgendwie... Boah, aufhört uns was hier unten los. Wieso? Aua, was hat denn da jetzt schon wieder Auge gemacht? Ich muss natürlich aufpassen, dass wir nicht zu lange in dem Wasser rumgeistern. Hallo, ich würde gerne... Habe ich wirklich drei? Ja, doch. Tatsache, ich habe ja drei mitgenommen. Gut. Eine Babyroppe brauchen... Wälter schon. Eine Babyroppe brauchen wir noch. Die Frage ist, wie komme ich denn zu ihr? Wo ist denn oder wo? Das bedeutet, ich muss hier irgendwie langen. Habe ich mal ein paar Herzen mit. Ne, das war's. Boah, ist das mies. Sinkt das weiter? Och, Mann. Schön, dass ich da jetzt nicht mehr rauskomme. Ich habe nur keine Ahnung, wo ich langen muss. Boah, ist das mies. Gut. Hier durchkomme ich nicht. Dank Kamera, dass ich keine Ahnung habe, wo ich langen muss. diese Kamera, ey. Normalerweise Kamera, super. Ja, aber dass ich da jetzt nicht langkomme, ist... auch nee. Das ist so scheiße. Boah. Alter. Ich habe keine Ahnung, wie ich da reinkomme, Leute. Ich weiß es echt nicht. Vielleicht hier irgendwie. Hier sind noch ein paar. Okay, hier geht's rein. Da geht's runter. Okay. Warum hast... Bist du denn jetzt auf die andere Seite gesprungen, Mädchen? Boah. Alter, hier ist aber... Crazy shitlos. Oh, wohin geht? Das sind Robben. Ich glaube nicht, dass die Probleme haben sollten. Danke, Kamera, dass du dich jetzt... ... ... ... einfach mal umschwingst. Gut. Ich muss mich so ein bisschen beeilen, aber auch ein bisschen konzentrieren. Ich bin jetzt zum Rettungsboot. Ich bin jetzt zum Rettungsboot. ... Checkpoint. Oh, Checkpoint. Gott sei Dank. Puh, Leute. Ich bin hier ganz schön am Schwitzen. Wie? Ich muss da noch... Oh nee. Ja, ich weiß, dass ihr kalt ist. Die Frage ist, wie komme ich denn da jetzt hin? Ja, ist klar. Kann man da auch irgendwie hinkommen? Ist knapp. Okay, müssen wir aufpassen, dass wir dann kommen. Also, geschossen vom Himmel. So, nehme ich mal mit. Oh, ist das mies. Hoffentlich kann ich beim Checkpoint weitermachen, weil sonst wäre das echt... Ja, okay, super. So, jetzt will ich es aber mal richtig machen. Wie viele Leben habe ich denn voll? Oh, ich weiß. So, dann gehe ich einfach mal da lang und dann hier rein Ah ne, das ist kurzes Eis Okay, da darf ich nicht drauf Danke So, auf dem Eis natürlich So, ähm Alles klar Die lege ich erstmal hier ab Boah Boah, Leute Ähm, da unten, da unten ist noch einer Die Frage ist, wie komme ich denn da jetzt rein? Na gut Da ist noch eine Münze, nehme ich natürlich mit auf Super, ähm Wo haben wir denn noch einen? Unten Wieso Was zum Das muss ich mal ganz kurz überlegen Wie komme ich denn da runter? Da muss er irgendwie rein Da muss es doch irgendwo reingehen Danke Kamera Schön, dass du mir jetzt was zeigst Wo ich eigentlich Nicht hin muss So, ich rette den erstmal Und dann gucke ich mir mal Den ganzen Shit in aller Ruhe an Das ist jetzt die Frage Wie komme ich denn da rein? Da ist Eis Vielleicht komme ich ja mit dem Eishof Irgendwie rein Nee, komme ich nicht Vielleicht komme ich ja hier irgendwie hin Oder hier Nee Ach man Ist das gemein Ist das Das ist echt gemein Ich weiß vor allem nicht, wie ich da reinkommen soll Und bevor ich jetzt irgendwie verrecke Hole ich mir da noch ein paar Herzchen Ein paar ist gut Ähm Boah Ah, ich weiß Wo ich da lang muss Die Frage ist Will ich da rein? Eigentlich nicht, aber Doch, so geht's Dich müsste ich normalerweise da verrecken lassen, du Drecksack Arschloch Das ist so ein Das ist der, der mich Äh Hier Das ist der Zweite Das ist der Der Boss da Warte nicht auf mich Geh in ein Boot und hau ab Das ist mein verdammtes Schiff Ich werde damit untergehen Das ist immer so wie der typisch Captain Warte, Dessie, wo gehst du hin? Ähm Ich werde nicht bei einem sinkenden Schiff bleiben Ja, komm, hol nicht rum Wir holen den Captain jetzt Ich glaube, wir müssen hier runter Hier lang? Nee, ne? Hm, lass mich mal ganz kurz überlegen Ach nee, schon wieder Ich weiß Ich glaube, ich weiß in etwa, wo der ist Wo ist er? Ja, komm Wie? Put me down, Putt Alter Boah Macht nix Das kriegen wir hin, Mädchen Los Nein, komm, hol nicht rum, bitte, Mann Oh, ein Schabracke Hier, hol dich hier raus Und dann hast du Käse gegessen Und dann Wie bist du? Ja, ich bin auch ein Alien Ich bin ja auch kein normales Mädchen Mädchen, komplettes Walross Ach nee Weißt du? Ach, Mann So, dann bin ich aber jetzt mal ein bisschen schneller Diese Steuerung Weißt du? Das ist das, was mich so ein bisschen abfuckt Wie gesagt, die Steuerung hier ist normalerweise super Die Kamera ist eigentlich auch echt sehr, sehr geil Aber ich muss gestehen Hier ist sie dein größter, ekelhaftester Feind Auch wenn du einigermaßen weißt, wo lang du musst Nee Zum Glück habe ich keine Controllersteuerung hier drin Also Controllersteuerung habe ich schon drin Aber zum Glück nicht Ähm Zum Glück nicht Dingsbums Hier dieses Controller-Overlay Sonst würde dir echt verrückt werden Was das angeht Ja, ich bin auch gerade kurz vor einem Nervenkollaps Von daher Passt schon, dass die Oh, super Ich bin es einfach Sei froh Ach, hol der drum, du Lappen, ey Ich bin doch schon da Lass mich raten Der wird bestimmt irgendwie böse Und dann fängt er an, gegen uns zu kämpfen Kleiner trägt hier natürlich einen Wal raus Und mich hinterlässt Massive Massiv große Künstliche Böse So, und ich muss Wohlan So, keiner wird zurückgelassen Niemand Welpe Anbieten Aber es sieht so aus, dass es böse Auf dem Eisbeck dort etwas funkeln Ironisch, dass unser Schiff direkt daneben verunglückt ist Es gehört ganz Tierwelpe Super Oh, wunderbar Schön Gut, die Frage ist, wie komme ich Ja, ist auch easy Ähm Oh, die kleinen Ich weiß nicht Ich finde die gruselig Diese kleinen Babyvögelchen Boah, Leute Puh Hoffentlich war es das mit dem Nia Äh, mit dem Dingsbums Nian Kusa Metro wird genauso geil Ähm Ja, das war Head in Time Seal the Deal Also das DLC Ich glaube, das war es dann auch schon Können natürlich hier, wie gesagt Das ist ein bisschen Ach, nee Time Äh, mache ich den noch oder nicht? Finale habe ich gemacht Ja, das sollte eigentlich gehen Unter Wassertrop Bon voyage Äh B-b-b-b-b Ja, ich Mach den Den Timerift Den Timerift mache ich noch Warum nicht? Na, komm schon, Ladebildchen Mach hinne Ich habe doch nicht so viel Zeit Ich freue mich schon heute auf die Premiere von Final Fantasy 04 Bin mal gespannt, wie das ankommt Ja, es ruft Das ruft gerade ein bisschen, aber So ist es Einfach Boah, jetzt werden die Rucklaber extrem Och, nee Wie konnte das denn passieren? So, jetzt aber einfach aufs Schiff Und versuchen diesen Timerift zu finden Danke Da ist doch schon der Timerift Ah, super Alle Passagierer, bitte check in at the lobby desk I'll be on board shortly Alle Passagierer, das soll einchecken Ich mach jetzt den Timerift noch Balkon Super Da brauche ich wieder diese Gruselmaske Na, mir gefällt die denn die Maske Ist nicht so schön, ne? Hä? Da hast du recht Komm, wir ziehen die lieber an Ist die besser, hä? Ist die besser? Nein, nicht goodbye Bitte schön Wow Bei denen muss man aufpassen Einfach drüber Dann ist der Käse eigentlich auch schon Gegessen Yo Und jetzt Ab zum Zeitriff Hm Wie, Checkpoint Wie komme ich denn da hin? Irgendwie da rüber Okay Ähm Da war schon wieder diese Grusel Nein Wieso konnte ich nicht zweimal springen? Och, das ist so mies Ich weiß, ich probiere es mal mit dem Oh, der ist schön, der gut Wow Wow, 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 wow Ganz Oh, ist das mies Ist das mies Ich habe gedacht, ey, das wäre was Aber das ist ja, Alter Dass der uns anwir sieht Obwohl die Zeit verlangsamt wurde Das ist so mies Das ist ja mies Ich lauf lieber Warum bleibt die olle Zippe denn da hängen? Ey, was soll das denn? Ich dachte, das wäre mal so ein bisschen human Aber Ach nein War sowieso der falsche Hut Och, scheiße Checkpoint Auf jeden Fall Checkpoint Boah, Leute Das Spiel macht mich kaputt Das Spiel macht mich echt kaputt So Ich sage das die ganze Zeit schon Ich bin mir so ein bisschen am konzentrieren Oh 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 Aber nein, das gibt Ah, ich verstehe Ich verstehe Ich verstehe Na gut, dann muss ich halt mal gucken, wie ich das schaffe. Ja, das geht ja noch. Jetzt will ich aber nichts mehr machen. Ich will jetzt direkt zum Tide Drift. Alter. Wenn ich den jetzt verkacke. Oh. Oh. Boah, Leute. Arctic Curse, all clear. Super. Boah. Oh, den nehme ich. Oh, wie geil. Zeit-Loop-Mut. Wie geil ist das denn? Oh, den gucken wir uns jetzt noch an. Den gucken wir uns jetzt noch an. Oh, super. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich sehr. So, da haben wir den. Oh, wie cool ist der denn? Der ist schön, oder? Doch, doch, doch. Der ist schön. Oh, ich finde die Dinger geil. So, jetzt müssen wir aber mal, ähm, jetzt machen wir den Partner, ne? Hallo? Nein, wir wenden den Part, ne? Und dann, ähm... This way! Nein, wir wollen den Part beenden. Bye! Alles klar. Ähm, war cool. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ui!